hallo ihr lieben und willkommen zurück auf meinem kanal schön dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen video von mir heute dreht sich alles und die blisim box vom märz und wenn sie dich interessiert bleibt sehr gern dran ja ich hoffe diese blisim box wird besser die letzte hat mich persönlich sehr enttäuscht den ein oder anderen von euch auch die mehrheit zumindest und das war wirklich keine schöne box ich hoffe jetzt wirklich der märz kann uns wieder überzeugen weil sonst heißt vielleicht auch bei blisim also das unterstütze ich dann auch nicht weil ich will mich wirklich über eine boxe freuen mit euch ihr wahrscheinlich auch und ich möchte mich da nicht drüber ärgern und jetzt fangen wir mal an es sieht schon sehr gut aus denn wir haben ein zweites großes produkt dabei gehabt das war extra im karton und das ist dieses hier das ist von kardi ein shampoo rose repair hier mehr als ein shampoo das geheimnis der magischen kraft hat seinen ursprung beim kardi elixier im auwetischen kräuterextrakt das auf der ältesten naturheilkunde der menschheit beruht oh man dem aua ruweda durch den traditionellen herstellungsprozess entstehen entfalten die indischen kräuter rinden und blüten in ihrem einzigartigen potenzial also das war jetzt ein ganz schwieriger text für mich zu lesen mit leserechtschreibschwäche also wenn ich mal ein bisschen was anders lese oder falsch lese nimmt es mir nicht übel ich habe einfach probleme und ich versuche wirklich echt gut und das ist für mich auch ein kleines training hier immer laut zu lesen ja unser erstes produkt von einem repair shampoo es hat 200 milliliter und ist richtig schön rosa kann man hier sogar dann aufmachen und dann haben wir da in noch weitere fakten und so stehen ich reihe die produkte hinter mir alle auf dass du nachher meinen gesamteinblick hast was war denn wirklich alles in dieser box drin und jetzt gucken wir und so gut wie sie rein und wir haben wieder ein qr code ich guck mal ob ich ihn dieses mal gescannt bekomme und werde ihnen dann neben mir hinlegen also der qr code hat zum glück funktioniert das ist bei diesen qr codes leider nicht immer so einfach ich habe bei manchen boxen auch massive probleme habe ich vielleicht jetzt noch was zum motto stehen stronger together ist das motto märz hat eine ganz besondere symbolik für uns dieser monat widmen wir allen frauen ja denn es ist weltfrauentag gemacht märz was wir für uns diesen frühling wünschen die freiheit das zu tun was wir wollen und solidarität als je zuvor mehr solidarität als je zuvor okay jetzt gucken wir mal was denn wir für eine box haben die der frauen gewittert ist das erste produkt haben wir ja schon gesehen haarpflege bin ich ja immer ein fan von das zweite produkt ist in luftpolsterfolie eingepackt und da habe ich ein serum oder so wo ich jetzt nämlich nachlese es ist mira das ist eine französische marke und hier steht wirklich auch alles nur auf französisch drauf dass der kotier und die brust sind körperteile die in unsere tägliche beauty routine oft vergessen werden dabei ist es so wichtig sie mit feuchtigkeit zu versorgen ach das finde ich richtig toll ein serum fürs der kotier und die brust sowas finde ich wirklich richtig schön man kann auch normales öl nehmen aber wenn ich jetzt hier schon eins habe für den bereich finde ich richtig gut gefällt mir jetzt schon so gut ich hoffe es überzeugt mich auch seine wirkung dieses öl basierte serum made in frost versorgt deine brust nicht nur mit feuchtigkeit und nährstoffen sondern verleiht ihr auch festigkeit und halt in seiner veganen formel dieses produkt besteht aus nur sechs inhaltsstoffen und alle natürlich und ultra wirksam vitamine und essentielle fettsäuren aus den pflanzenölen moringa marula und färbedisteln helfen zusammen mit gänseblümchenöl dabei deine brüste langfristig auf natürliche weise zu straffen hört sich wirklich sehr vielversprechend an und extra öl für die brust und der kotier ist mal wieder was echt schönes und was wenn ich immer in der box haben ich hatte glaube ich selten was für die brust und der kotier meine maske oder so aber öl glaube ich gar nicht bis jetzt echt toll das nächste produkt ist ich gehe mal kurz zurück bei meinem qr code eine kleine tube mit wie viel milliliter sind das zehn ich kann das schwer einschätzen 20 milliliter perdus milieu fleurs creme mains ok eine creme werde ich auch wieder was zu lesen auch wieder französisch die blisin box kommt aus frankreich deswegen haben wir auch französische produkte drin gott sei dank mit deutschem heftchen früher gab es das heftchen nur auf französisch und das war ein reines google übersetzer und raten und ich konnte wirklich gar nichts erkennen was habe ich echt toll dass die jetzt nach deutschland gekommen ist hier habe ich jetzt eine handcreme mit verführerischem blumenduft diese zarte handcreme versorgt deine hände mit feuchtigkeit für ein samtweiches gefühl ich glaube zur handcreme muss ich nicht allzu viel sagen ist einfach eine schöne creme der wir uns die hände schön weich und geschmeidig machen können das vorletzte produkt was wir hier schon haben ist eine 59 milliliter ein 59 milliliter produkt mit einem schönen sprühkopf von mario badesco das dürfte so ein gesichtswasser sein denke ich wir haben ein facial spray mit aloe abdodgens ein kokosnusswasser jetzt interessiert mich was sie dazu schreiben ich hatte es schon öfters vertreten habe aber nie gelesen so richtig genau und detailliert was es soll also dieses spray versorgt deine trockene haut mit feuchtigkeit und wirkt erfrischend ja das wusste ich seine wirkung hier die mischung aus aloe vera hyaluron und kokoswasser sowie adaptogenen pflanzen und wurzellextrakten hilft der haut sich an deinen täglichen stress anzupassen und verleiht ihr gleichzeitig eine belebende ein belebenden frische kick für eine sichtbar jüngere ausstrahlung ok kumpel du versprichst uns sehr viel werde ich austesten ich habe von mario badesco glaube ich 1 da in der schublade hinter mir ich kenne mich in meinen schubladen ja schon gut aus und das ist aber genau das gleiche also ich habe das genau schon da vielleicht werde ich das dann in die verlosungskiste mit reinpacken dass es mal ein anderer austesten darf wenn ich es schon da habe und das letzte produkt ist von blushed beauty first skin always es sieht aus wie eine mascara wir schauen ja eine mascara haben wir hier hier seht ihr mal das bürstchen wir haben was ist das auch ein kein kunststoffen faser bürstchen die hat eine sehr gerade form das würstchen und muss sich auch auf den augen ausprobieren blast ist jetzt auch die marke die mir nicht sagt vielleicht soll sie uns ja was ganz besonderes versprechen diese mascara ich gucke einfach mal ist eine original größe die pflegt auch und das ist super die mascara die gleichzeitig die wimpern pflegt die ich mir züchte mit serum finde ich ja optimal mit jojoba öl und rizinus öl ja genau rizinus öl ist eine sehr gute pflege für die wimpern also wer was für die wimpern sucht zum pflegen ohne serum ohne hormone kann ich rizinus öl empfehlen super schönes produkt jetzt seht ihr mal hinter mir den einblick der blisin box ich muss sagen sie hat sich gemacht sie hat mir diesen monat um einiges besser gefallen wie letzten monat trotzdem habe ich das auszusetzen eigentlich nicht ich habe was dekoratives ich habe was für die haare für das gesicht für die hände und brust und dekolleté was ich sehr toll finde kannst mit deiner meinung super gerne in die kommentare schreiben ich liebe den austausch mit dir oder euch und hoffe sehr das video hat dir gefallen wenn ja lass mir das sehr gerne einen daumen nach oben da hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren würde ich mich super drüber freuen und hier verlinke ich dir noch ein weiteres video von mir dann sehen wir uns auch beim nächsten video wieder